. Hab ich mich erschreckt. Wie lange ist es her? Drei Jahre? Vier? Warte, ich denke, das ist das erste Mal, dass Sie mir so nahe gekommen sind. Okay, bleib ruhig, Hong-Chi-Ho. Bleib ruhig. Haben Sie eine Kundenkarte? Nein. Möchten Sie eine Tüte? Ja, bitte. Das macht dann 13.200 Bohnen. Ah, okay. Danke, kommen Sie bald wieder. Es ist nicht alles real, was ich sehe. Glaubt nicht alles, Hong-Chi-Ho. Nein. Nein. Nein.